Es erfolgt nun die Meldung an den ersten Bewertungsrichter, Herr Abbinger-Christian, der das Antreten, die Meldung und den Abmarsch bewerten wird. Mit gingen die Stehnsuche mit dem Abmarsch dann bewertet der Landesstaatsführer des WBV, Herbert Pater. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik Auf der Stelle, Abstritt! Das größte Problem war, dass wir uns nicht vernachten. Herr Stabführer Robert Nagels, Sie waren heute das erste Mal dabei, bei so einem Riesenevent heute gleich in Schlosscheinbrunn. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich hervorragend, die Kapelle hat Ihres geleistet, ich habe meines geleistet. Wir werden sehen, was die Punktevergabe macht und ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Dankeschön, Wiedersehen. Danke.